Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Geschäftspartner, werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein erfolgreiches Jahr 2015 liegt hinter uns. Wir konnten einige sehr erfolgreiche Wohnbauprojekte im Innenviertel verwirklichen, wie zum Beispiel das Projekt Bertha-Braderweg in Ried im Innkreis, wo wir hier jetzt noch vor Weihnachten elf Eigentumswohnungen den neuen Eigentümern übergeben können. Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel Glück und Gesundheit im Jahr 2016 und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Jahr 2016. Dankeschön!